Guten Sonntagmorgen und herzlich willkommen in der Passions- und Fastenzeit. Heute ist der erste Sonntag in der Passionszeit und er hat den lateinischen Namen Invokavit. Dazu habe ich eine Geschichte aus der Zeit meines Vekariats in Niederbayern. Das ist die Lehrbubzeit zum Pfarrer. Und mein Mentor, liebe Grüße nach Mainburg, Günther, hat mich immer gern getestet und gefragt, Herr Vorländer, kennen Sie die Telefonnummer Gottes? Ich stand natürlich wie der Ochs vom Berg. Die Lösung ist 91,15. Das steht für Psalm 91, Vers 15 und da spricht Gott, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Und er ruft mich an, heißt auf Lateinisch Invokavit, so wie der Sonntag heute. 91,15, da merkt man, das muss wohl aus der Zeit stammen, als Festnetznummern noch vierstellig waren, aber gleich die Nummer funktioniert trotzdem und steht für die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Egal wo ich bin, ob an einem schönen Ort wie hier oder an einem garstigen, es gibt diese Verbindung. Wo ich auch bin, das kommt vor in dem Lied für diesen Sonntag. Gott hat dir längst einen Engel gesandt, dich durch das Leben zu führen. Und dieser Engel hält deine Hand, wo du auch bist, kannst du's spüren. Dein Engel bringt in Dunkelheit dir Licht, dein Engel sagt dir, fürchte dich nicht. Du bist bei Gott aufgehoben. Habt einen gesegneten Sonntag, seid behütet und hier kommt der Sonnenaufgang für euch.